Der Zona-Mikrophone mit dem heutigen Content-Update ist direkt noch ein neuer Stützpunkt hier von der I.O. gekommen. Die haben sich hier einfach mal durch die Erde gebuddelt. Hier rechts von Logjam-Lamboyard seht ihr diesen Erdhügel, beziehungsweise hier links von diesem großen Hügel. Landet einfach mal hier. Hier gibt es eigentlich ganz guten Loot, weil hier gibt es eine I.O.-Druhe und zwei I.O.-Wachen. Also genügend Blue Life und geile Waffen für alle. Wir kehren mal eben noch eine Wache und gucken, was die für eine Wache droppt. Hier und die droppt jetzt eine blaue Mini-Ozzi. Damit kann man auf jeden Fall mega in die Runde starten. Dann geht ihr hier noch an die I.O.-Druhe. Guckt mal, was da noch so drin ist. Und dann könnt ihr auf jeden Fall auch das Jump-Ed nutzen, was hier in der Base ist. Und es werden auf jeden Fall noch im Laufe der Season ein paar mehr Stützpunkte von der I.O. kommen. Die buddeln sich langsam, aber sicher durch die Erde. Hier seht ihr den Bohrer. Den könnt ihr leider nicht zerstören. Aber ist auf jeden Fall mal mega geil anzusehen. Und guckt euch das Ding an. Hier schnappt es euch Waffen und dann geht ihr auf Gegnerjagd. Nächste Woche kommt wahrscheinlich das größere Update. Bis dahin, lasst mir gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr neu seid, schloppt ein Abo. Wir sehen uns in anderen Videos. Haut rein, meine Freunde.